Ich bin jetzt mit dem Team Hallo Youtube Jetzt bist du Fame Manni Bin ich jetzt Fame mit AB und RB Das ist das Ziel oder was? Ja, wir müssen erst hochbauen Leck mich, dahin geht das Also hallo, wir spielen Wir spielen Ultimate Chicken Horse Erstausstrahlung Was kann ich hier machen? Okay Du langst das so schön in die Falle Ja, ich spiel das zum ersten Mal Ey, ich hab ein Outfit Aber Es ist auch besser, Baber hat sich besser angestellt Im ersten Mal Hauptsache Cookie gibt sich nur 90 Da heißt er Was? Wenn zwei Personen gleichzeitig auf ein Item drücken Dann ist das Kann man das drehen? Ja, mit den Schultertasten Ja, obere Trigger Ah, okay Aber musst du hier an irgendeinem Teil dran machen Wenn du X gedrückt hättest, dann machst du das alles ein bisschen schneller hier so Ach so kann man das machen, okay Irgendwo drunter oder was? Nein, du musst drehen Genau So wie der Fall dann ist Du musst Seh da dran Ja, okay Das ist halt Du musst aber auch passen Ja, verdammt Ja, verdammt Wie kommt man denn da jetzt hoch? Du musst warten bis das Teil so ist Und dann kommst du da hoch Ja, genau so Ja, genau so Noch leb' ich Ja, Rainbow Fire, schauen Wieso springt denn der immer wieder weg von der Wand? Das muss man übertrieben viel lernen Wenn du drückst, dann springst du nicht so weit Du musst immer X dabei gehen, damit du rennst Wenn du rennst, springst du auch weiter Auch wenn du in der Luft schon bist Dann nehm ich das Blümchen Das auch immer das macht Ja, schau, das geht nicht Na schau, das geht nicht So Guck, irgendwas verändert Oligmeyer Oligmeyer Schau, schau Wenn du hier Hier kannst du's mal ein bisschen testen Oder hier drinnen Jetzt vorbei Ich meine, ohne Ding Also ohne rennen Dann kommst du so weit Wenn du jetzt rennen Dann kommst du halt schon weiter Okay Muss auch immer gegen die Wand Und dann immer Wenn du schon absprichst Schon in die andere Richtung Mhm Das kann man echt wohl üben Jetzt nicht Jetzt Du musst halt ein bisschen Nein Und unten in dem Teil stirbst Ja Jetzt vorsicht bei der Pflanze Und da ist ein Die schlägt zu Aber Kannst du schnell rum Und da ist noch ein Stacheldraht Jawoll Sehr gut Jetzt verkack ich wahrscheinlich Jetzt verkackst du Komm schon Oh Du fasst verkackt Ja Ich bin halt auch ein Pro Ja Easy Oh Zeig wie es geht Ja Come back move Ja Du musst dich leiser machen Ist doch geil Von dem Wasser stirbt man übrigens nicht Ne Das hab ich mir fast gedacht Da wird man aber hoch in alle Richtung katapultiert oder? Ja Vielleicht Nein Jetzt schaffen wir es nicht mehr Glaube ich Ja Ich schaff das Das ist Wasser als Plattform Fack Kann ich auch von unten nehmen Boah Der rutscht aus Ne Oh Gott Die Leute denken sich schon wieder Was ist los hier? Haha Ich zieh mir noch ein bisschen kontakt nach Oh Wir sind ja einfach so die Oberbros Weiß Ja Das war mein Ziel Dass keiner Probe kommt Weißte Wir machen ja noch nicht mehr ernst Weiß Die Leute sollen ja nicht gleich denken wir sind über die Pros Weiß Ja natürlich Klar Hat ja alles Hat ja alles Sinn Na wobei Das ist mal ein bisschen schwierig Was hast du da hingepackt? Wenn du dagegen springst dann stirbst du Oh Alter Nein Nein Mist Oh Der war knapp Alter Alter Kannst ja auch nicht Einfach stehen bleiben Ah nein Zu weit gerutscht Aber die ist gut möglich Die ist richtig gut möglich Ja klar Der Weg ist auch möglich Ich glaube Die ist ziemlich gut jetzt Nein Nein Ich will ihn mal zurücknehmen Nein 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 Ich verstehe Mann sieht das Pferd behemmerl aus Alter Alter. Ihr seid so schlecht. Nein! Warte mal, kann ich da drüber überspringen? Ja, ne? Was ist das an dem Karussell? Ist das Honig, oder was? Das ist Honig, ja. Ja, das sollte ich einfach hintern zu springen. Also du kannst schon noch springen, aber nicht mehr wirklich mit voller Mundschwung haben. Was ist das denn hier? Portal, brauchst aber noch ne Ende. Also was du irgendwo hinsetzt und dann irgendwann kriegen wir nochmal ein Portal. Ja. Oh, war das knapp. Och, Mann. Boah, das ist richtig schlatt. Wer haut mich denn jetzt hier? Warum bin ich hier jetzt tot? Du hast gewonnen. Wo ist reingehauen? Das ist mega asozial. Autopsie? Ernst, dafür gibt es Punkte? Könnt aber sehen. Der Profi hier. Wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Ja. Oh, ich weiß nicht, wo ich das hinbekomme. Wow. Alter, ich kenne geschau, wo du jetzt, ja. Ich hab's gar nicht, ich hab's gar nicht. Ich hab's gar nicht geraffen, wo du das sicher hast. Oh, lol. Anna direkt aber Headshot. Bitte geht rauf, Oli, komm, bitte. Du musst schon durch die Tür gehen, ne? Das ist ja eigentlich nicht unbedingt, da kannst du es auch anders machen, ne? Oh, ey, auch der rasierte Reck, weißt du. Naja. Ich hab erst mal nur... Also bedarf es, ich hab nur ein bisschen Spaß gemacht und jetzt geht's ab, Alter. Nein! So... Ah, Holly. Scheiße. Oh, diese Blume ist so gut. Warum ist denn dieses eine Finger weg jetzt? Weil du was weggemacht hast. Ich hab gar nichts weggemacht. Ich hab's gar nichts weggemacht. Scheiße. Oh, hehehe. Reingesprungen. Richtig gut. War richtig energy-like. Ist das noch möglich? Ja, ne? Ja, also. Wandsprung einsetzen. Ja, genau. Ja, aber wie komm ich denn da jetzt durch mein Ding da durch? Da ist der Test. Au. Scheiß. Ja, ja. Da wurde wieder weggeballert. Kein Gewinner, keine Punkte. Letzte Runde. ich hab das schwarze loch bitte gut platzieren aber man kommt doch unter diese blume gar nicht doch von unten hoch das ist doch so wie dreckig die blume ist so genial die blume ist so wie die blume ist wirklich sehr schön dafür stand die blume zu kacke nehmen wir so jetzt einmal auf oder nehmen wir jetzt noch also noch eine runde ich wollte daraus halten wir machen so dass du dir das halt so in drei vier minuten schneiden könnte durchgespielt durchgespielt hey einmal du alte villa da ist ein wieder fragezeichen ich schneide voll viel ja ich bin ich mache mir in meinen arbeit weil mir qualität am herzen liegt ja das sehe ich auf seinem kanal nicht so wie Olli ist er bei der nicht so weit dass man sagen könnte übel die Qualität aber es ist besser als viele andere doch man übel ach schau mich an ja auch weit dabei muss noch ein bisschen warten wo starten wir denn überhaupt ja da schon mal was hier steht ach da unten start ja extra groß geschrieben für leute die es nicht sehen ich glaube er abfahrt sich gleich ich glaube er abfahrt sich gleich ob das so funktioniert ich habe keine ahnung da kommt man gar nicht hoch ok ähm auch dir aufpassen ne diese tür da oben die so gestritten ist da kannst du sterben die hier? ne oder auch an der platz hey wir haben neues level wieso bin ich denn jetzt tot? achso die tür klar bitte die tür meinst du? ja was meint er denn für die tür? es war jetzt voll easy ohne spaß ja ich hol mir die comeback punkte da ist das ok 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 Alter ich bin aufgefahren ich bin ja euch aufgefahren weil die rutschlande verpisst du ihn? scheiß pflanze Wie kommen wir denn? LLG-like! Näh! Man kann ja auch rechts durch. Also auf die Plattform kommen wir auf jeden Fall. Was ist das hier für ein roter Punkt? Es aktiviert ihn aufzubauen. Scheiße, das hat der das echt mitbringt. Nein! Och Gott! Neues Level Wasser voll. Ach, bei dir war die Kiste jetzt da oben. So, schafft es Oli, dann gibt es keine Punkte. Ich vergesse immer, dass es besser ist, wenn man wahrscheinlich wirklich rein kommt. Ich will ja immer chillen, bis die alle fertig sind, dass ich das alles so in Ruhe machen kann. Weißt? Das ist ja nicht das Sinn des Spiels. Ah, dieses Ding schon wieder da, ne? Mach mal Eis. Eis, Eis, Baby. Oli, Oli will uns einfach foltern. Ey, mit chillen! Das Ding hinschießt vielleicht. Das war aber, wenn du jetzt stirbst. Ja, schade. Ganz einfach, wenn du jetzt stirbst, das ist schon peinlich, weil du die beiden Dinge da hingebaut hast. Easy! Oben ist auch einer, ne? Ja, 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 ja. Jo. Und guck. Puh! Guck, hier hätten wir jetzt eigentlich weniger Punkte geben müssen. Ich schaust uns immer am Abwarten und guck erst wo es ist. Hier, da kommt der schwarze Loch hin. Da hin. Ja, ich... Warte die erstmal ein bisschen. Oh Gott, das schwarze Loch. Nein, Oli. Nein, ganz scheiß Idee. Dann schaffst du's nicht mehr. Alle hier. Das könntest du sogar machen. Geht es? Jawohl. Ja, es geht. Alle rein. Ah, schade. Ich dachte... Ja, wobei. Allein. Nein! Was ist denn dieser Scheiße? Ja, Mann. Der hat hochgekommen. Jetzt hab ich richtig krank Punkte gemacht. Ey, der Pokadon ist in den ersten und damals mit Mali... Echt hart. Ich bin jetzt jetzt. Alter, Babbel hier, direkt durch. Mann. Ich bin nie gut in so rechtes Spielen eigentlich so. Alter, ich hab doch... Ach, scheiß drauf. Oh. Doch, darf ich sagen, glaub ich. Weiß ich gar nicht. Ich fährt der Fahrstuhl durch. Ich fährt der Fahrstuhl durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist ja nur ne Falle. Oh Gott. Oh, Olli. Olli macht. So fett. Echt. Ich hab das nicht gesehen, Mann. Ich hab grad grad... Meine Augen waren grad grad so übel auf das Kugel fokussiert. Was? Stopp. Aber war das die Runde wohl? Nein, das war noch nicht die Runde. Ich dachte das. Schießt der die dann dagegen oder schießt der die durch? Wenn die Tür offen ist, dann schießt der die durch. Okay, dann wird das nochmal wendet. Der schießt genau durch, wenn die Tür offen ist. Oh, doch. Nicht immer. Okay. Nein. Och, Mann ey, diese Kacke. Ah! Wieso bin ich so schlecht? Ach, bin ich so schlecht. Oh, die Tür ist noch ganz geil irgendwie. Ab und zu kommt das Ding durch manchmal nicht. Was macht denn die Münze? Mit der Münze ins... Die kommt jetzt kriegst du extra Punkte. Wo hat er die platziert? Ich mach das Ding unten weg. Nein! Doch. Lass ihn. Nieder sein der Meinung. Okay, mach. Lass die einfach, damit es ein bisschen schwieriger ist. Aber... Beide schon will ich verkacken. Nein! Oh mein Gott! Ich mach's auch mal, du Galt und wieder! Ey! Immer in den Aufnahmen. Ja, macht nix. Schäm dich nicht. Oh Gott! Das ist ja richtig! Nein! Scheiße! Very good. Oh! Puh! Puh! Okay, jetzt muss ich richtig krank rasieren. Ja, komm! Puh! Puh! Komm, nimm deine mitgeliebte Pflanze. Komm, nimm deine mitgeliebte Pflanze. Puh! Das wär jetzt richtig... ...mehr auf dich da oben... ...durch zu kommen. Alter, das ist ja übel die Mordwaffe. Oh Leute! Die Pfeile werden von einem schwarzen Rohr angezogen. Oh! Nicht schlecht! Puh! Oh, Ali! Hast du auch geschnallt? Jetzt wird's knapp! Jetzt wird's spannend! Gleich geschnallt! Nee! Hehehe! Nein! Bist du tot? Äh, Ali, ich glaub du lebst noch. Stimmt! Hä? Oder? Nein! Wenn du dich nicht bewegen kannst, dann nicht, ja doch! Ich glaub als Sandgriff da... ...kannst du nicht sterben. Mist! Jawoll! Das muss ich nicht! Ich weiß selber nicht, hatten noch nie einen Sandgriff. Warte, wir haben jetzt eine ordentliche Folge, denke ich. Findest du? Ich find schon, wir haben jetzt bestimmt 20 Minuten oder so. Eine Stunde! Du willst eine Stunde? Eine Stunde? Guck doch keine Sau! Und da kann man ja... Also ich bin cool... ...und ich beende jetzt meine Folge.